Korin, das rast du schon? Schau mal. Da kannst du ihn reinlangen. Da ist der Fisch. Fisch! Fisch! Hast du ihn verrutscht? Hast du einen Fisch gefangen? So gut. Jetzt hast du ihn wieder drin. Fisch! 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 Und was können wir noch machen, Korin? Darne! Mit diesen Büchern? Darne! 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 Der Stern ist auch noch drin. Kannst du ihn auch rausnehmen? Den kannst du auch rausnehmen, Korin. Probier mal. Nein. Du bist noch eine lange? Darne! 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 Darne!